Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play Video von Spider-Man Miles Morales. Und ja, Sie haben recht. Einige wollen unser Projekt verhindern. Vor allem Rio Morales, die bei der kommenden Stadtratswahl gute Chancen zu haben scheint. Ich respektiere Miss Morales. Sie ist plug, ein tolles Vorbild für junge Frauen. Aber ich befürchte, sie setzt ihre Energie an falscher Stelle ein. Durch unsere Nu-Form-Reaktoren wird New York zu einer besseren Stadt für alle. Manche Leute trinken sich schwer mit Veränderungen. Ich gebe Ihnen einen guten Rat von einem erfolgreichen Mann zum anderen. Wissen Sie, was ich meinen Kritikern gern sage? Sie *** und das Loch, aus dem Sie gekrochen sind. Ja. Okay. Ich bewundere Ihre Hingabe. Sie nehmen ein Bußgeld für ungeschönte Fahrheit in die Karte. Bußgeld? Was mein? Jareth! Wie viel? Sch***. Das musst du nachbearbeiten. Ja. Ja. Das müssen wir auch nachbearbeiten. Ich meine, ich hätte die Sprachausgabe auf Englisch gestellt. Ähm. Ja. Audio, ich weiß nicht, warum. Tja, ja gut. Ist jetzt auch egal. Ähm. Es steht sogar Englisch-Sprachausgabe an. Ich würde sagen, wir machen kurz, ich habe mich speichern kurz. Und dann gehen wir ins Game wieder rein. Dauert nicht lange. Ich werde es auch nicht rauscutten. Na. Ne, dass du Bescheid wisst. Ähm. Das bringt mir nicht. Klar, sind das ein paar Minuten. Aber hey. Die paar Minuten. Ja. Die könnte man auch überspringen. Wenn ihr diese nicht sehen möchtet. Und, äh, ja. Was gibt es so auf meinem Kanal noch zu sehen? Sehr viele Spiele. Naja. Und, ähm. Wir werden natürlich Miles Morales, wie gesagt, zweimal spielen. Habe ich ja schon öfters gesagt. Natürlich auch die anderen PS4-Spiele. Ich werde die alle let's playen. Wahrscheinlich die PS5-Spiele, wo man den Sparstand übertragen kann. Werde ich wahrscheinlich let's playen. Also im Livestream zocken. Das muss ich mir mal noch überlegen. Ähm. Da steht auch, äh, Spielestand hochladen. Ich hoffe, dass man dort alle Trophäen freischalten kann. Freischalten wird. Ähm. Ich bin wirklich, ich bin wirklich gespannt, ähm. Ob dies passiert. Ähm. Weil ich weiß, bei Spider-Man, also bei das, bei dem normalen Spider-Man, ne. Der 2018 erschienen ist. Dort ploppen, oder dort schaltet man alle Trophäen frei, sobald man die PS4-Vision gespielt hat. Und ich hab die PS4-Vision natürlich platiniert. Und auch alle DLCs durchgespielt, ne. Jetzt natürlich wieder englisch. Sehr gut. Und, ähm. Und, ähm. Ja. Wir gehen jetzt die Story an. Theoretisch könnten wir auch nebenbei die ganzen Sammelobjekte angehen. Äh, die werden wir nebenbei einsammeln. Auch die, ähm, Challenges. Na, wie gesagt, ich würd's natürlich platinieren. Wie auch die PS4-Vision. Ich hab da natürlich nicht nur PS4-Vision platiniert, sondern auch die ganzen DLCs durchgespielt. Man sieht das hier auf meinem, äh, YouTube-Kanal. Kann man alles verfolgen. Wie gesagt, ich hab das hier alles live gespielt, ne. Und, ähm. Ja. Deswegen hab ich gesagt, Sebastian, machst halt, ich spiele zweimal platin. Was, glaub ich, nicht so schlimm ist. Ähm. Andere machen, machen die Spiele nur einmal platin. Ne. Ich versuch zweimal zu platinieren. Wenn's halt geht. Funktioniert so wie in Far Cry 6. Kannst jetzt auch zweimal platinieren. Ne. Da müsste ich, wie gesagt, bräuchte ich noch einen Spieler. Und, ähm, natürlich auch, ähm, Watch Dogs Legions. Wird hier auch Let's Played. Also, ihr verpasst hier gar nichts, ne. Ähm. Auch Livestream-mäßig. Also, äh, wie gesagt, ihr könnt schon mal an dieser Stelle, wenn's euch gefällt, eine Bewertung schon mal da lassen. Ist, kostet nichts. Ne. So wie ein Abo. Kostet auch nichts. Um, nein. Kanal zu unterstützen. Um mich zu unterstützen, dass ich ein bisschen, ne, äh, populärer bin. Dass ich mehr Aufmerksamkeit bekomme. Oder, äh, versteht mich nicht falsch, ne. Aber, ich glaub, ihr wisst, was ich damit sagen möchte. Jetzt aber. Psst. Hi, Miles. Spillet. Gib mir die ganze Situation. Finn, Roxanne, Untergrund. Es ist einfach, ein viel, ein viel, du weißt. Du bist 17. Du bist stressig. Und du bist ein Superhero. Du musst dir selbst ein bisschen slacken. Du bist noch ein bisschen schlafen? Nicht viel seitdem ich angefangen habe. Das. Was ist das? Wettbewerb-Wettbewerb-Wettbewerb, Kind. Das ist die wichtigste Sache. Hier. Ein kleines Projekt dein Vater und ich angefangen in der Zeit. Unser Mixtape. Hat Rhymes vorbereitet und alles. Warum habe ich nie gehört über das? Denn wir haben noch nie gewonnen. Wir samplierten die Straße rund der Weg. Wir wollten die Stadt sein, unser Beat. Aber dein Vater hatte die Master. Und nachdem die Dinge so schlecht waren zwischen uns. Aber du kannst das was wir nicht machen können. Plus, es wird dein Geist aus der Arbeit nehmen. Ja. Ja. Okay. Was mache ich? Lass das. Ich werde dich durch. Ich setze Holograms für dich. Schrauben die Schmerzen. Holograms, oder? Ja? Bist du noch in meinen Geist? Ha. Das war in meinem Spielbuch, bevor du sogar jungen Blut warst. Hä. Ja. Kann sein. Wie können wir den jetzt auswählen? Kann ich noch scannen? Scannen das Hologram. Können wir... Wissen wir dort hin? Okay. Okay. Don't think about Finn. Focus on sounds. Clear my head. Scan the Holograms, and it'll unlock files on that drive I gave you. Hope you figure out which sound you're looking for. Now try and find the original sound, and grab a clean sample. Need to get a little further away so it doesn't distort. Not a match though. Keep looking. Good sound, but it's muffled. Try and get a clear line of sight. Need to be a little closer to get your levels right. Okay. Ich glaub wir haben's gefunden. Ja. Jetzt sind wir natürlich zu nah rangegangen, ne? Aber es müsste hier... Da. 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 Diefolk隻 Sylse Sure. Diefund aufz右duck sind in der ganzen Stadt. A, Counterliegen. Okay. Wo? Triniti Church. Morgen. Warum so interessiert? Weil du hast einen Begriff auf deinem Begriff, der Größe von Jersey. Du musst mich nicht schützen. Niemand sollte. Du kennst. Du kennst. Du sagst, du hast nie zu Ende dieses Tape gemacht, wegen der Dinge schlecht zwischen dir und deinem Vater. Was eigentlich passiert zwischen dir beiden? Es war... kompliziert. Wir waren zu ähnlich. Und zu anders. Finish das Tape. Du hast alle Samples, und du hörst die ganze Geschichte. Ich versuche. Okay, danke, Unc. Triniti Church. Remember, Tinker ist dein, aber lass den Mann allein. Ich habe das gebeten. Ich habe ihn nicht gebeten. Okay, ich werde das gebeten. Ich werde das gebeten. Als ich bereit bin, bin ich. Mom? Genki? Werde denn, ich glaube, es ist nur ich. Mom ist es zu lösen. Ich werde das nicht verletzieren. Mom ist es zu töten. Ah, das hört sich gar nicht gut an. Das ist, ich weiß nicht, ob das, ist das ein gutes Zeichen? Ja gut, ich meine, dass keiner zu Hause ist. Ich meine, wir haben tagsüber nach. Ja, ja, gut. Ja, ich würde sagen, wir machen als nächstes einfach nochmal eine Nebenmission. Spiderman, hey, ich bin Kaleb, gut zu treffen. Ich habe deine Muraliteos gesehen. Oh, das ist der andere. Aber ich bin noch hier, um zu helfen. Every business on this block hat inventory stolen over the last few weeks. Paper products, kits, sanitizers. Wir sind alle lokal. Wir können nicht ein Loss wie das. Hast du es? Natürlich. Aber niemand nimmt uns ernst. Camila, sie läuft im Restaurant neben der Tür. Decide zu schauen, sie selbst. Ich bin nach dem Schwerpunkt, die uns vermittelt. Ich werde sie dort sehen, ob ich helfen kann. Dankeschön, Spiderman. Schön, dass du nachdenkenst für uns. Hey, Genki. Ich bin nach ein paar robberies auf Haarlem's Main Strip. Kaleb's Clean Cuts und Pana Fuerte. Oh, ich liebe Pana Fuerte. Hast du die Arepas? Ich kann nicht essen bevor ich intensivierende Super-Hero-ing. Es ist ein bisschen wie Pool Rules. Genau. Also, was ist der Plan? Träck auf die Stolen Inventory. Findet ihr werfen. Seht ihr werfen. Seht ihr werfen. Die Leute, die in Taille zu robben. Das klingt gut. Ich bin aufgrund für technik, und nachdenken, und nachdenken. Problems. Okay, wir holen erstmal die Kiste hier. Und dann gehen wir zum Versandzentrum. Oh, da ist die. Kamila! Ich muss sie versuchen, zu finden. Aber die Polizei nicht mehr Interferieren. Vielleicht, wenn ich die Kliniken schaufe. Kamila definitiv nicht nachdenken. Ich muss sie herausfinden, wo sie sie nahm. Ich habe nicht gesehen, den anderen Spider-Man. Und nachdenken. Ah, der Mann ist in der Weg. Das ist ein sehr guter Hinweis. Das ist ein sehr guter Hinweis. Flockenzeichen. Ich habe keine Ahnung, hier weg. Wir müssen wieder ablenken. Wir müssen den irgendwie ablenken. dann sind wir fertig ab nach china town die polizei ist dorthin warum hört man jetzt gar nichts ja sonst würde ich einfach das komplettes spiel das rest des spiels auf deutsch weiterspielen es kann nicht sein dass wir hier dran scheitern ja gut ja komm ich stehe mir im nächsten video im nächsten let's play video ich stehe mir dies komplett auf deutsch um so dass es noch bescheid ist weil wir hier probleme ich verstehe nicht warum naja ist es halt so ja sehr gut gut ja ja raus mit dir ja 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 oh fuck nicht gut warte kurz ich mach das jetzt schon mal hier weg untertitel aus audio ok müssen wir gleich einstellen ich verstehe nicht warum das jetzt so auf einmal verpackt ist ich habe keine ahnung weil ganz das jetzt auch gelaufen ohne problem ist kein problem wie gesagt deswegen stellen wir das einfach gleich auf deutsch wieder und ja ich glaube das ist auch kein problem klar wäre schön wenn man die englische sprachausgabe hat aber hey ja ja müssen wir es einfach so akzeptieren da zack ja janky camilla safe she caught those guys stealing inventory said someone paid them to do it about that i did some digging someone anonymously filed a request with the city im Hey he eminent domain powers condemn chNiane manure islands flog has to be the guy Pan are criminals right so he can move in totally ich put in a counter request asking for an investigation to whoever trying to buy the land dude you're Johnson Ich gehe nach den Docken, um die Supplieren zu bekommen. Willst du dich bald? Krates. Krates. Mehr Krates. Wo sie die Supplieren haben? Ich hoffe, die Leute wissen. Wenn ich in die Sprache entdecke, kann ich herausfinden, welche Krate zu öffnen. Gute. Apartment, vielleicht. Office space. Probable. Good way to make money quick. Nicht in my neighborhood, es ist nicht. Nice. Hier der Boss will die Beest unterbauen. Die Hauptsache oder die in Harlem? All of them. Ich bete sie bauten, da. Was? Oh, du nicht mit Beest. ja gleich weg mit dir ok jetzt kommen die alle zu mir ja ja ist doch gut ich bin doch ausge...hä ich drück doch im kreis warum funktioniert das nicht ja grüner container weiße sterne hier ja wir müssen die kran bewegen was muss ich jetzt machen zahnrad hier mit dem zahnrad ja wo ist das zahnrad ach da vorher bekommen wir besuch ja hier 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 Das ist es. All die Stolen Supplies. Hey, Caleb. Ich habe dein Inventory gefunden. Bring ein paar Trucks nach den Docken, und ich hoffe, dass du es zurückkriegst. Wir waren bereit für Bankruptz und zu verletzten unsere Tür für gut. Ja, weil du, wir sind zurück auf den Weg. Danke. A thousand times. Danke. Wenn du ever eine Haare-Cut hast, fangen sie an. Es ist in der Haus. Wie funktioniert das mit dem Masch? Ich habe einen Stranger gesehen. Oje, du brauchst du auch? Du bist ein Junge growinger. Miriam, komm mal Pana Fuerte. Wir haben etwas schönes für dich, okay? Appreciate it. Both of you. Everyone on the block feels the same. You've done is good, Spider-Man. Doing good work out there, Spider-Man. With your help. Any leads on our mystery guy? Yeah, I'm working on a short list. So far I've got Vulture, Scorpion, Tombstone. Don't think Electro could pull off something like this. That's a lot of big names. But we'll deal. I want him out of our neighborhood. Aw, it's the first time you called it hours. Don't make it weird. Too late. Okay, dann würde ich sagen, wir machen an dieser Stelle einen Cut. Und wenn es euch gefallen hat, wisst ihr was ihr machen könnt. Lasst gerne eine Bewertung da. Und abonniert gerne meinen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Let's Play Videos. Livestreams. Und, äh, ja. Bis dahin. Hört gut. Euer Bastis raus. Und wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Let's Play Video von Spider-Man Miles Morales. Oder, was noch so folgt auf meinem Kanal. Und bis zum nächsten Video. Euer Bastis raus. Und Ciao, ciao.